Was ist das Thema des Todesmarsches? Was ist das Thema des Todesmarsches? Wo sind diese 3500 Menschen im Zug geblieben? Wer war das? Und was war mit diesen Menschen passiert? Leben wir noch? Die andere Frage, die mindestens genauso wichtig ist und war, ist die Frage, wer war für dieses Ereignis hier verantwortlich? Und wie ist es hier genau abgelaufen? Die Frage hat mich nie losgelassen und es ist ein Puzzlespiel, würde ich jetzt sagen. Für einen Historiker natürlich wichtig, dass er auch die Dokumente bekommt. So haben wir in den letzten Jahren eigentlich dadurch, dass wir am Ball geblieben sind und nicht zuletzt aufgrund des Nachfragens auch der Schüler, über die Zentralstelle zur Verfolgung nationalsozialistischer Verbrechen und einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren auch neue Akten bekommen über die Täterseite. Wir wissen mittlerweile sehr viel über die Opfer und da verschiebt sich sozusagen das Bild ein wenig, würde ich sagen. Das konnten Sie heute vielleicht auch nochmal zur Kenntnis nehmen, dass wir jetzt genau wissen, wie der zeitliche Ablauf war des Zugtransports. Folglich auch daraus schlussfolgern können, dass die Freiheitsaktion Bayern mit ihrer Aktion einen Tag später abgelaufen ist. Also für die vorübergehende Freilassung der KZ-Häftlinge nicht verantwortlich war. Vielmehr gibt es klare, sehr viel glaubwürdigere zeitnahe Quellen, die auch sagen, dass eben keine Versorgung stattgefunden hat, dass die Häftlinge nachts schon regentiert haben, einige ausgebrochen sind aus dem Zug und dass man sie dann eben am Tag im Zug geöffnet hat, sodass die Möglichkeit bestand, wie wir mittlerweile ja alle wissen, dass sie sich hier in der Umgebung Lebensmittel besorgen konnten. Jetzt kommt natürlich noch eine wichtige Frage jetzt im Spiel. Wer war für das Massaker verantwortlich? Die Frage ist sehr viel schwieriger zu klären, aber mittlerweile können wir sagen, mit aller Vorsicht natürlich, das ist uns ein Gebot als Historiker, dass der damalige Bürgermeister Hilfe angefordert hat, mit der Situation überfordert war und die in der Schule stationierte Wehrmachtseinheit angefordert hat. Diese Wehrmachtseinheit war an der ganzen Geschichte hier beteiligt, eine ganze Reihe, da gibt es Vernehmungsprotokolle und so weiter. Die haben natürlich die Verantwortung auf den Windmüller abgeschoben, sodass man bis jetzt mit Vorsicht sagen kann, da verschiebt sich etwas das Bild. Es ist allerdings so, dass wir die Windmüller-Akte, die Vernehmungsakte, die liegt nach wie vor in Moskau in einem Archiv und diese Archiv konnten wir noch nicht vollumfänglich bekommen. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass natürlich die Frage sich stellt, wie ist das aufgearbeitet worden? Wir wissen alle, es hat 1960 nochmal ein Ermittlungsverfahren stattgefunden. Dieses Ermittlungsverfahren ist eingestellt worden, weil man den Hauptverantwortlichen, nämlich diesen Leutnant Windmüller, der diese Wehrmachtseinheit befehligt hat, nicht, so steht es im Einstellungsbescheid, ja nicht finden konnte. Tatsache ist aber, und das können wir jetzt sagen, dass dieser Herr Windmüller in Karlsruhe gelebt hat, seine Wiederbeschäftigung nach einer Zuchthausstrafe, die er für dieses Verbrechen abgesessen hat, in der DDR, muss man hier hinzufügen, das ist wichtig, und dass er aber nicht gesucht wurde. Also das ist verwunderlich, aber es ist ein Faktum. Von daher glaube ich, gibt es noch eine Reihe offener Fragen, die man klären sollte, wenn man kann. Zuletzt vielleicht noch ein Gesichtspunkt, der wieder zurückführt auf unsere heutige Veranstaltung. Ich war hier mit Gabriel Melzer, der hier aus dem Zug fliegen konnte, mit seiner Familie und mit seinen Enkeln und Urenkeln. Und dann standen wir hier, es war ein Filmteam aus Los Angeles dabei, und ich habe mir gedacht, als ich ihn hier gesehen habe, hat er zu mir gesagt, es ist wirklich großartig, dass ich hier an diesem Ort, mich an meine toten Freunde, die hier erschossen wurden, die hier ihr Leben verlassen haben, und dass ich mich hier an diesem Ort erinnern kann und dass hier diese Erinnerung weitergetragen wird im Poem. Und dafür möchte ich mich bei allen Poem bedanken und lieber Herr Mayer, geben Sie das bitte bei nächster Gelegenheit weiter. Und das habe ich hier mitgetan. Vielen Dank. Vielen Dank.